Mit der Zimperium-Lösung können wir uns ebenfalls effektiv gegen Gerätebedrohungen absichern. Dazu habe ich den USB Debugging Modus bereits auf meinem Gerät aktiviert und wie Sie sehen können wurde das von der Zimperium App direkt erkannt. Ebenfalls in der Z-Konsole wird mir der USB Debugging Modus angezeigt und somit auch reportet. Die effektive Gegenmaßnahme würde somit getriggert werden.